Kontext 21 Die Logik der Vernichtung, Moishe Poston über den Antisemitismus, zweiter Teil. Im ersten Teil dieser Sendung haben wir das Referat von Moishe Poston wiedergegeben, das er am 17. Juli in der Berliner Humboldt-Universität zum Nationalsozialismus und Antisemitismus gehalten hat. In der heutigen Sendung dokumentieren wir in leicht gekürzter Form die Diskussion, die sich an diesem Vortrag angeschlossen hat und in der Poston mit einigen jener Kritiken konfrontiert wurde, die in den letzten zehn Jahren in Bezug auf seine Argumentation entwickelt wurden. Zunächst wurden die Fragen am Podium von Barbara Fried und Gerhard Wolf vor eine Initiative Kritische Geschichtspolitik gestellt. Du hast gesagt in deinem Vortrag, dass du nicht der Frage nachgehst, warum der Nationalsozialismus und der moderne Antisemitismus ausgerechnet in Deutschland hegemonial geworden sind, sondern dass du zunächst der notwendigerweise vorausgehenden Frage dich zuwendest, was es eigentlich war, dass dort hegemonial geworden ist. Das heißt, du machst in gewisser Weise zwei Ebenen auf. Einerseits bewegt sich deine Analyse des modernen Antisemitismus auf einer Art systematischen Ebene, würde ich das jetzt mal nennen. Du beschreibst sie als ein in der historischen Epoche der bürgerlichen Gesellschaft verwurzeltes oder konkret in deren wahnförmiger Produktionsweise begründetes Phänomen. Die zweite Ebene, die du nur benennst, aber nicht weiter ausführst, wäre dann die der jeweiligen spezifisch historischen Bedingungen verschiedener Länder oder bestimmter Kontexte. Es gibt jetzt in einer Diskussion um deinen Text oder um deinen Ansatz von verschiedenen Seiten die Kritik, dass dieses Herangehen unhistorisch sei, weil es den Antisemitismus lediglich als allgemeines Phänomen der bürgerlichen Gesellschaft begreift und nicht in seinen konkret historischen Bedingungen verortet und daraus zu entwickeln versucht. Ich nenne jetzt an der Stelle einfach mal exemplarisch Enderwitz, der formuliert beispielsweise, also Ulrich Enderwitz, der formuliert beispielsweise, dass du darauf verzichtest, ich zitiere jetzt, die Phänomene als historische zu entwickeln, weil du, Zitat weiter, beim interessierenden Phänomen zwischen Wesensgehalt und historischen Bedingungen unterscheidest. Er schreibt weiter, Bei geschichtlichen Erscheinungen das Was vom Warum abzulösen, den Gehalt vom Zweck zu abstrahieren, das Wesen von der Funktion getrennt aufzufassen, läuft darauf hinaus, die Erscheinungen um ihr gesellschaftliches Subjekt und ihre historische Orientierung zu bringen. Jetzt würden wir gerne wissen, was du zu diesem Vorwurf, zu dieser Kritik sagst, ob du die in gewisser Weise nachvollziehen kannst, beziehungsweise warum, davon gehen wir natürlich aus, du dein Vorgehen trotzdem legitim findest. Ich kann auf verschiedene Weise antworten. Aber zunächst, es gibt einen Grund, warum ich mit Hobbsbaum angefangen habe. Ich meine, dass historische Arbeiten wie die von Hobbsbaum zeigen, und es ist klarer und klarer geworden am Ende des 20. Jahrhunderts, dass man kann und soll, glaube ich, historisch zunächst von Epochen reden, nicht von einzelnen Ländern. Ich habe gesagt... Ich habe versucht, zu argumentieren, dass der Antisemitismus in der Holocaust eingemündet hat, ist eine Epochenerscheinung, die von 1873 ungefähr bis 40er Jahren. Das ist ein Teil dieser Epoche kapitalistischer Entwicklung. Die erste Frage, um es dann weiter zu spezifizieren, wäre nicht, warum in Deutschland, weil es ist nicht besonders in Deutschland, es ist, warum nicht in Holland und England und warum in Frankreich, Deutschland, Russland und so weiter. Und deshalb, ich habe mich auf den Staat bezogen. Das ist einmal. Zweitens, was ich begründet habe in in bürgerlicher Gesellschaft, ist die Bedingung der Möglichkeit, Kapitalismus als abstrakt zu verstehen. Zu Antisemitismus gibt es einen weiteren Schritt. Das heißt, es ist dann diese Abstraktheit zusammen mit Juden zu verstehen und das heißt, die Juden zu verantwortlich zu machen für diese gesellschaftlichen Veränderungen. Für mich dieser Gegensatz, mindestens wenn ich diese Kritik richtig verstanden habe, stellt einen abstrakten Gegensatz dar zwischen System und Geschichte, während ich versuche zu sagen, dass gerade diese Epochendenken zeigt, dass man muss Geschichte selber mehr systematisch begreifen. Weil, das heißt, wenn man nur von Agenten redet, dann gibt es keine bedeutsam, volle, sinnvolle geschichtliche Einteilung. Diese sogenannten Phasen von liberaler Kapitalismus bis hin zu stadtzentrierter Kapitalismus oder ab 1973 die Auflösung der Stadt kapitalistische Synthese hängen nicht von einzelnen Ländern ab. Sie hängen nicht von der Politik von Helmut Schmidt oder Jimmy Carter ab. Die sind allgemeine Phänomene. Das heißt, es gibt empirische Phänomene, die nur systematisch erklären werden können. Und wenn man diese Systematik einfach abtun als Strukturalismus, dann irgendwie es gibt eine sehr wichtige Ebene von geschichtlicher Verständnis, die ausgeklangert wird. Deshalb akzeptiere diese Kritik nicht. Das ist einmal. Zweitens, wenn ich richtig gehört habe, am Ende ist die Rede gewesen von Zweck und Funktion. Ich habe versucht, gerade eine nicht funktionalistische Erklärung zu geben. Das heißt, ich habe versucht, materialistisch einen Kulturbegriff zu entwickeln. und man erklärt nicht für mich Bewegungen nur aus ihrer Funktion. Vielleicht kannst du ja trotzdem kurz skizzieren, inwiefern deine Theorie für weitere historische Spezifizierung oder Konkretisierung anschlussfähig ist. Also, wie würdest du dir das denn vorstellen jetzt? Wie würdest du dir einen solchen Anschluss an die historischen Bedingungen in Deutschland vorstellen? Und ja, vielleicht kannst du ja auch kurz irgendwie darlegen, wie eine solche Vermittlung der allgemeinen Bestimmung des modernen Antisemitismus als Ideologie mit den spezifischen historischen Bedingungen in Deutschland aussehen müsste. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Das heißt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Das heißt, ich glaube nicht, dass es gibt nur eine Weise, in der man es vermitteln kann. Und verschiedene Sachen sind wohl bekannt. Zum Beispiel, man kann als Beispiel führen, dass der Antisemitismus in Frankreich 1890er Jahren war mindestens so stark wie in Deutschland. Mindestens. Die ersten antisemitischen Schläger truppen erscheinen in Frankreich während der Dreifuß-Affäre. Jedoch ein großer Unterschied und fast jeder Historiker darauf pocht, ist, dass in Frankreich gab es nicht nur die Antidreifusser, gab es auch die Dreifusser, gab es Clemenceau, diese bürgerlichen Schichten, die gegen diese antisemitische, antirepublikanische Bewegung standen. Das gab in Deutschland nicht. Aber das ist wohl bekannt. Ich habe versucht, einmal zu klären, weil die Debatten über den deutschen Sonderweg, ich meine nicht, dass ich sehr viel dazu beizutragen habe. Es gibt viele, die darüber gearbeitet haben. Ich habe versucht, mein Ausgangspunkt ist, das Holocaust zu erklären. Und ich habe gemeint, dass insofern nicht einfach antijüdische Vorurteile oder die Maßnahmen wie in die 30er Jahre. Aber der Holocaust selber ist ein historisches Problem. Und daraus habe ich versucht, andere Aspekte von Nationalsozialismus zu beleuchten. Nur dann kann man die Frage stellen, wieso ist das so gewesen mehr in Deutschland als in anderen Ländern. Man muss dieses Was wissen, was man versucht zu erklären. Kannst du vielleicht noch ein Wort zur Rolle des Staates sagen, also der Rolle des Staates zum Beispiel bei der Durchsetzung des Kapitalismus in Deutschland und auch zu der Rolle des Staates als Sachwalter widersprüchliche Interessen und als letztliche Instanz, die versucht hat, den Klassenkampf in diesem Land zu suspendieren? Es ist nicht, dass ich sehr viel dazu zu sagen habe. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass in den sogenannten alten kapitalistischen Ländern, das heißt Holland und England, Antisemitismus, das heißt im Gegensatz zu antijüdischen Vorurteilen, Antisemitismus spielt keine wichtige Rolle. In Frankreich sehr wichtig, in Deutschland sehr wichtig, Österreich sehr wichtig, Russland sehr wichtig. Was alle diese Länder gemeinsam haben, ist, das 19. Jahrhundert des Kapitals durch den Staat viel mehr organisiert als in England oder Holland und ich wollte nur suggerieren und mehr nicht, dass das ermöglicht vielmehr eine Denkform, dass was passierte ist mysteriös, weil man kann es nicht erklären einfach durch Staatspolitik. Das heißt, es ist etwas hinter Staats Politik und deshalb es erscheint einfach ungreifbar. Ich würde trotzdem gerne noch kurz was nachfragen zu dem Antisemitismus und dieser zwei Ebenen Trennung Antisemitismus versus historische Spezifizierung. Man könnte auch argumentieren, dass der deutsche Antisemitismus sich auch als Antisemitismus von anderen Ländern unterscheidet. Oder zumindest gibt es Ansätze, die das behaupten. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann würdest du das ja als eine Art Konkretisierung sehen. Also man versucht zuerst auf einer systematischen Ebene einen allgemeinen Begriff von modernem Antisemitismus zu entwickeln und dann zu gucken, wie der in bestimmten historischen Kontexten durch welche Bedingungen welche Ausprägung erfährt. Und jetzt würde ich dich noch fragen, ob man nicht davon ausgehen müsste das vielleicht auch die Qualität des Antisemitismus also jetzt in Anschluss an Goldhagen der ihn als exterminatorischen fasst im Gegensatz zu anderen Ländern ob nicht einfach auch da schon eine Spezifizierung vielleicht nötig wäre. Das glaube ich nicht. Und ich meine das soweit ich mich erinnere Goldhagen zum Beispiel hat nie Deutschland und Frankreich verglichen. Aber in den 90er Jahren des 19. in Frankreich sehr viele. Das heißt Goldhagen das behauptet aber er zeigt es nicht komparativ. Ich finde es nicht. Ich finde dass dieser extrem mandatorische Antisemitismus ein europäisches Phänomen gewesen. Man sieht es dann während der Zweiten Welt Krieg. Es sind nicht nur die Deutschen die das machen. Naja aber hauptsächlich Sie haben es organisiert. Es ist Teil der neue europäische Orden. Ich finde Goldhagen eigentlich insofern als er es nur auf Deutschland bezieht ist das in einer gewissen Weise nicht historisch. Du gibst den Vorwurf also weiter. Warum nicht? Der andere habe ich auch gesagt ist nicht so. Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt aufgreifen und auf den können wir nachher zurückkommen. Und zwar er schließt in gewisser Weise an und zwar geht es mir jetzt da nochmal um Strukturalismus oder Determinismus Problem aber auf einer bisschen anderen Ebene und zwar auf die Gefahr eines Strukturdeterminismus in Bezug auf die handelnden Subjekte also das war jetzt sozusagen eher so ein deterministisches Verständnis von Geschichte und Antisemitismus und ich würde jetzt gerne nochmal versuchen auf diese Subjektebene zurückzukommen und zwar Entschuldigung und zwar hast du in deinem Vortrag gesagt dass du es für absolut notwendig hältst zu unterscheiden zwischen Ideologie als allgemeinem Denksystem und auf der anderen Seite individueller Intention und Motivation handelnder Subjekte und das finde ich einerseits sozusagen bietet es die Möglichkeit dieses Verhältnis eben als nicht deterministisches oder nicht vorgegebenes zu denken und dennoch habe ich den Eindruck dass bei solchen Überlegungen die Gefahr wenn man versucht gesellschaftstheoretische Überlegungen auf handelnde Subjekte quasi ich sage jetzt mal blöd runter zu brechen dass da doch eine große Gefahr sozusagen so einer Determiniertheit drinsteckt und jetzt würde ich ja da würde ich einfach fragen wie du das siehst oder wie du denkst dass diese Vermittlung stattfinden müsste weil damit ja auch die Gefahr also ein bisschen die Entlastung individueller Verantwortung einhergeht also wenn ja eh klar und ja ich fände es ganz gut wenn du darauf eingehst also es gibt auch Leute die sagen dass bei dir der Antisemitismus als quasi notwendig falsches Bewusstsein erscheint und ob du dazu vielleicht kurz was sagen kannst wie du dir diese Vermittlung vorstellst aber das sind glaube ich mehrere Sachen in eine in eine Frage gestellt ich habe nicht gesagt und es wäre Quatsch zu sagen irgendwelche Bewusstseinsform als notwendig man kann es nur versuchen gesellschaftlich plausibel zu machen wenn es notwendig wäre dann gäbe es auch keine Kritik der Ideologie weil wie erklärt man dann das Bewusstsein der Kritiker diese ganze ich muss sagen ich verstehe diese 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 Fragestellungen einfach nicht ich verstehe sie nicht wenn man zum Beispiel wenn man man muss sich nicht auf Antisemitismus rekurrieren wenn man sich zum Beispiel einfach direkt der Kritik der politischen Ökonomie anguckt wo Marx versucht zu erklären wieso Adam Smith konnte was denken oder Thomas Malthus oder Ricardo oder James Mill oder John Stuart Mill er weiß dass sie denken anders sie beziehen sich auf verschiedene Erscheinungsformen auch nie sagt dass sie mussten so denken die Erscheinungsform ist notwendig aber nicht das Bewusstseinsform er erklärt das Bewusstseinsform als gesellschaftlich Möglichkeit nicht als Notwendigkeit darf ich noch anschließen und zwar ich würde aber dennoch denken dass das also dass das sozusagen okay du sagst erklärt die Erscheinungsform nicht die Bewusstseinsform und von daher ist dort irgendwie eine Notwendigkeit nicht drin und dennoch würde ich denken dass wenn man diese dieses Vermittlungsverhältnis nicht theoretisch erfasst es da einfach notwendigerweise zu einer begrifflichen Lücke kommt die wo einfach ungeklärt ist wie sich denn jetzt eigentlich diese allgemeine Denkform Antisemitismus dann in konkrete Köpfe sozusagen hinein begibt und in andere eben nicht und deswegen würde ich würde ich dich fragen ob du nicht glaubst dass es an dieser Stelle einfach einer theoretischen Präzisierung also einer Subjekttheorie in gewisser Weise bedürfte und ob du da Vorstellungen hast also ob du glaubst dass die Psychoanalyse zum Beispiel das leisten könnte oder was du da für eine Vorstellung hast Es gab mehrere Versuche ich glaube der gelungene gelungenste ist Adorno in seinen Aufsätzen über Soziologie und Psychologie wo er versucht hat psychoanalytische Kategorien und Gesellschaftskategorien zu vermitteln auch zu argumentieren dass man darf die zwei nicht als unmittelbar gleichsetzen und er versucht auch unter anderem zu erklären psychisch bezüglich gesellschaftlicher Entwicklung wie es dazu kommen könnte dass man eine faschistische Massenbewegung hat aber das erklärt immer noch man hat immer noch eine Lücke weil man erklärt nicht wieso nicht alle sind so es wird eine Lücke geben es muss eine Lücke geben na gut ich meine dass man sozusagen keine allgemeine Theorie für alle Menschen haben kann das ist eh klar aber ich glaube man bräuchte theoretische Begriffe mit denen man das potenziell erklären könnte darauf wollte hinaus ja ja ich finde das ich finde der adornitische Ansatz sehr aufschlussreich ich finde auch dass wie er Psychoanalyse historisch bestimmt hat sehr ich kann nicht auf deutsch sagen ich würde auch gerne noch mal ein bisschen in die Richtung weiter gehen und zwar so ein bisschen diesem Verhältnis nachgehen zwischen allgemeinen gesellschaftlichen Verhältnissen beziehungsweise der durch sie hervorgebrachten Denkformen also von Marx zum Beispiel als objektive Gedankenformen bezeichnet und diesem jahrhundertealten antijüdischen Stereotypen also konkret und besser gesagt um die Verbindung dieser beiden Momente zum modernen Antisemitismus du schreibst oder du hast eben vorgetragen der Antisemitismus ist eine besonders gefährliche Form des Fetischs bei Marx bezieht sich jetzt der Begriff des Fetischs zunächst auf die Grundformen kapitalistischer Vergesellschaftung wie würdest du jetzt das kategoriale Verhältnis also zwischen dem was Marx als objektive Gedankenform fasst und dem Antisemitismus begreifen bewegt sich das auf einer Ebene ist das ja bewegt sich das auf einer Ebene also Ideologie auf der einen Seite als jetzt konkret Antisemitismus und sozusagen objektive Gedankenform auf der anderen Seite nein eben nicht weil der Begriff der objektive Gedanke ist das erredet von politischer Ökonomie die 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 eigentliche Kategorien des Kapitalismus erfasst hat aber sie als überhistorisch verstanden hat der Antisemitismus erfasst die eigentlichen Kategorien gar nicht es ist auf eine ganz andere Ebene so es ist objektiv das heißt und der Marx dann hat diese Kategorien benutzt aber hat sie umgewendet um zu zeigen dass sie historisch spezifisch sind ja während Adam Smith für Adam Smith und solche Leute sie sind überhistorisch aber die Kategorien wie zum Beispiel Wert Gebrauchswert die sind objektiv meinte Marx das heißt sie sind zutreffend für Kapitalismus Antisemitismus ist nicht das heißt Die weiteren Fragen an Poston wurden aus dem Publikum gestellt. Und ich meine, aus der Ökonomie des Kapitalismus entstehen auch Kriege. Und der Antisemitismus stellt dann, also wenn es um diese Kriegsvorbereitung geht, doch den äußeren Feind auch da, also den äußeren Feind im Innern sozusagen. Also das heißt, das Weltjudentum wird dann als der Feind dargestellt. Und da hat mir eigentlich gefehlt, obwohl ich die Entwicklung des Antisemitismus von ihm sehr gut dargestellt fand. Aber da fehlt mir dann eigentlich, dass dazukommen tatsächlich der Antikommunismus, also der Deutschland-Bildismus zwei Feinde hatte. Also die Konkurrenten weltweit und die sogenannte politische Weltverschörung. Also das waren ja diese beiden Dinge, die dann das Ziel des Antisemitismus waren. Und ich meine, dass man da auch beachten muss, dass heute die antisemitischen Töne auch Regierungsoffizien ja immer mehr so irgendwo durchschimmern. Also gerade bei dieser unsäglichen Debatte um die Zwangsarbeiter-Entredigung und auch beim Holocaust-Mandeln, obwohl es immer mehr verbunden ist, auch mit so anti-amerikanischen Untertönen. Ja, ich bin mir sicher, dass das ist ein wichtiger Moment. Ich meine nur, und ich glaube nicht, dass ich habe alle Aspekte dieser Problematik erfasst. Ich wollte nur auf, was für mich das Wesentliche ist, versuchen zu fokussieren, und zwar das Ausrottungsprogramm selber. Und ein Problem zum Beispiel, das ich habe, mit Arno Mayer, dem ich erwähnt habe, ist, dass er betont diesen extrem starken Antibolschewismus, die Nazis. Und der sogenannte Kommissarbefehl 1941. Aber das erklärt lange nicht. Das könnte erklären, wieso so viele Juden in Osten erschossen worden waren. Aber nicht, warum sie haben Juden von überall in ihrem Herrschaftsbereich nach Auschwitz dann geschleppt. Das hat nicht mit Antibolschewismus was zu tun. So, das heißt, es hat sich zum Teil gedeckt, aber nicht ganz. Und auch von äußerem Feind zu reden, ist richtig, aber ich habe versucht zu sagen, dass die Juden einen besonderen äußeren Feind dargestellt haben. Und wenn man Nazi-Plakaten aus dem Zweiten Weltkrieg anguckt, man sieht zum Beispiel Bilder wie, man hat John Bull, England, auf der einen Seite, der wie ein Bankier gekleidet ist. Und irgendwelche bolschewistische, untermenschlich aussehende Kommissar auf der anderen Seite. Und hinter beiden steht eine Jude mit Marionetten, wie sagen sie, Strings, Fäden in seinen Händen. Weil er ist nicht einfach ein konkreter Feind, aber wirklich ist ein Weltordnungsfeind. Und das habe ich versucht jetzt ein bisschen aufzuklären. Ich wollte fragen, in der ersten Version von diesem Text, der Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre in den deutschen Linken Zeitschriften stand, war ein längerer Vorsprang drin, wo es eigentlich nochmal um Antisemitismus in der neuen Linken in der Bundesrepublik ging. Und ich sehe also gerade in Bezug darauf, dass dieser Text ja sozusagen vor allem nach 89 in der Auseinandersetzung mit dem, was passiert hier in diesem Niedervereinigten Deutschland, wie hat sich Klingel dazu zu verhalten, stark akzeptiert wurde. Ich wollte einfach fragen, warum sie diesen Vorsprang jetzt heute Abend und auch in den späteren Versionen des Textes weggelassen haben. Weil das wäre eigentlich ein spannendes Thema, zumal ja sozusagen das, wo vielleicht die neue Linke als enttagoisiert in den 70er Jahren eine Arrogatfunktion hatten, da eben heute in den gesellschaftlichen Mainstream einsickert. Aber interessanterweise eben der prominenteste antisemitische Ausfall von Martin Weiser ja auch von jemandem kommt, der mal in diesem linken Milieu entstammte. Ja, eigentlich, ich habe vorgetragen, die erste Hälfte der Papier, diese Papier. Die zweite Hälfte geht um, wo ich habe versucht, diesen Kapitalbegriff mit der ganzen Frage von Geschichte und Erinnerung zusammenzubringen. Und dort, in dieser zweiten Hälfte, bin ich dann auch auf die Geschichte der deutschen Neuen Linke gegangen. Und die Weise, in dem, und ich finde es kompliziert, aber die Weise, in dem einmal die, ich habe versucht zu zeigen, oder mindestens zu suggerieren, wie diese Nachkriegszeit verstanden werden kann, als eine Vorwärtsgerichtete auf die Oberfläche, wo eine unaufgearbeitete Vergangenheit immer diese, 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 diese Gegenwart neu bestimmt. Hinter die Rücken, die Handelnden. Und ich habe versucht, eine Art von Symptomologie zu schreiben. Und ein Teil dieser Symptome, für mich, war einmal, wie die deutschen Rechten Deutschland als Opfer immer bezeichnen, aber wie die deutschen Linken haben sich immer mit Opfern identifiziert. Und die Auswirkung, diese starke Identifikation mit den Opfern, nach 67. Das heißt, wie die deutschen Neuen Linken, die sehr, sehr pro-israelisch waren, bis der Krieg, wie es umgedreht hat, nicht, dass Israel so nicht kritisiert werden. Und was ist sehr schwierig, darüber zu reden, ist, dass ich weiß, es gibt rechte israelische Politiker, die immer jede Kritik an Israels antisemitisch abtun. Aber ich habe versucht zu argumentieren, dass, wenn man bestimmte Formen von Antizionismus der 70er Jahre anguckt, haben sie sehr, sehr starke antisemitische Übertöne. Weil der Zionismus ist nicht einfach kritisiert als ein schlechtes Programm oder sowas. Es wird wirklich zu das Böse und das Weltverschwörende. Und ich meine, dass das hat auch, sagen wir, oder ich habe suggeriert, dass in einer komischen Weise der Antifaschismus der Neuen Linken hat sich kolonisieren lassen durch antisemitische Bilder im Laufe der 70er Jahre, durch die eine Art von Versöhnung mit der nationalen Community, der Boden dort gelegt worden ist. So ist es nicht, dass ich habe dieses Thema ganz weggelassen. Ich konnte es jetzt nicht vortragen. Das heißt, oder ich konnte eine Fidel-Castro-Rede geben und für drei Stunden was vortragen. Aber das war, weil ich habe versucht, wirklich dann diese, alle drei Epochen von Hobbesbaum in diese Papiere irgendwie zu thematisieren. Ich weiß, das ist nur eine Teilantwort auf, was du gesagt hast. Ich habe eine Frage zu dem Vortrag, und zwar zu dem Verhältnis des modernen Antisemitismus zu dem traditionellen Antisemitismus. Der moderne Antisemitismus wurde von ihm charakterisiert durch die Persönifizierung eines Abstrakten, dass als Abstrakte sozusagen hinter den konkreten Erscheinungen, unter denen man leidet, unter denen man weghaben möchte, die man abschaffen möchte, existiert dieses Abstrakte. Er hat nicht der traditionelle Antisemitismus, also der Antisemitismus der europäischen christlichen Zivilisation, zumindest eine ähnliche Struktur schon. Insofern, als die Juden auch da nicht nur eine ganz konkrete Gruppe innerhalb der existierenden Gesellschaft oder Fürsttum sind, sondern sie auch das ganz andere, sozusagen den Antichristen im gewissen Sinne darstellen, von dem abhängt, auch ob das zum Beispiel in der christlichen Ideologie, ob das Heil auf Erden kommt, ob Jesus Christus wiederkommt, ob der Christus, der Messias kommt oder nicht kommt. Und insofern sie auch sozusagen ein ganz umfassender Feind sind, der auch nicht identisch ist mit der Erscheinungsform der Juden hier in dieser oder jener Gemeinde oder in diesem jeden Land. Das ist sehr interessant. Doch, ich muss darüber mehr nachdenken, weil ich wollte, bevor Sie haben dann die zweite Hälfte ausgeführt, ich wollte sagen, dass ein Unterschied, gut, Juden waren mit Geld verbunden und auf eine gewisse, in dieser gewissen Weise mit Abstraktheit. Und eigentlich die Gegenüberstellung, die typisch christliche Gegenüberstellung von jüdischem Gesetz und christlicher Liebe ist auf einer Ebene auch ein Gegensatz zwischen was mehr Abstraktes und mehr Konkretes. Und das stimmt. Dann wollte ich aber sagen, dass man hat nicht aber diese Begriffe, dass das ganze Welt von Juden beherrscht werden. Jetzt, ich muss ein bisschen nachdenken, weil, wie du es reingebracht hast, mit der Frage von Christus, dann ist es doch welthistorische Bedeutung. Und ich musste, daran habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich habe eine Frage zum Verhältnis von Antisemitismus und Rassismus. Mir läuft die Argumentation ein, wenn sie tatsächlich auch den Judenhass beschränken. Dann finde ich uns die Argumentation mit dem Hass auf das Abstrakte sehr überzeugend. Wenn man aber empirisch etwas genauer hinguckt, gibt es meiner Meinung nach mindestens zwei Vernichtungsprogramme, die mit ähnlicher Systematik durchgeführt wurden, wie der Volokaus, die meiner Meinung nach nur rassistisch zu erklären sind. Einerseits nach innen als ein eugenischer Rassismus und nach außen als sozusagen abfremde Rassen. Es ist einerseits das Vernichtungsprogramm gegen sogenannte Geisteskranke, das Fluss gestoppt wurde aufgrund der Intervention der katholischen Kirche und nach außen mit der gleichen Systematik wie gegen Juden auf Sinti-Roma vernichtet wurde. Und da leuchtet mir die Argumentation mit dem Mannschen betrifft nicht mehr ein. Was die Geisteskranken angeht, eines ist gemeinsam und eines ist unterschiedlich. Was gemeinsam ist, ist diese der wie sagt man der Position, dass eigentlich der Nation ist in Gefahr. Es ist in Gefahr. Geisteskrankheit stellt sich da als Gefahr. Es ist nicht einfach, dass die die Geisteskranken sollten ausgeschaltet werden. Sie sind gefährlich für das biologische Gesundheit der Nation. Das heißt, was die zwei gemeinsam haben, ist dieses Gefühl von Bedrohung. Ich würde immer noch sagen, dass ein Unterschied ist, wenn die katholische Kirche gesagt hat, stopp, sie haben gestoppt. Es gibt Gemeinsamkeit, es gibt auch Unterschiede mit den Roma. Ich bin mir nicht sicher, weil die Nazi-Politik, die Roma gegenüber ist, ist auch widersprüchlich gewesen. Das heißt, zum Teil Leute sind aus der Wehrmacht rausgeholt, um in KZ geschickt zu werden. Zum Teil der Himmler hat gemeint, dass die Roma wirklich stellen da die Ur-Aria. Und er wollte eine Art von riesiger Reservation machen. Aber ich bin nicht zufrieden selber mit dieser Antwort. Mit dieser Antwort. Ich möchte nur sagen, dass mindestens zunächst, ich sehe auch Unterschiede. In keiner von den beiden Fällen gab es ein Programm, dass man unbedingt als höchstes Ziel diese Bevölkerungsgruppe ausrotten muss. unabhängig von wo die Russen sind, man muss weiterhin versuchen auszurotten. Und das ist wirklich, wenn man 1944 anguckt, das ist wirklich was so frappierend ist. Auschwitz hat gearbeitet, Tag und Nacht zu versuchen, sehr schnell jetzt die ungarischen Juden zu vernichten, als die Rote-Armee schon dabei war, die Donautal hochzukommen. Und das glaube ich ist ist was anderes. Es ist die eigentliche Kriegsziel. Das heißt, es war nicht so formuliert, aber wenn man schon eine Wahl hat, zu versuchen, diesen Schienenverkehr zu benutzen, um Leute an die Front zu bringen, oder Juden in Gaskammern und man Juden in Gaskammern bringt, dann man sagt, dass eigentlich der Hauptziel ist die Juden. Und es ist wichtig, aber zweiträngig, ob die Russen jetzt Deutschland und dann am Ende natürlich der Hitler und diese letzte Rede hat gesagt, dass die Russen haben sich doch biologisch gezeigt als die Stärke. Die Juden dürfen das nicht. Darf ich da mal kurz noch eine Frage anschließen? Und zwar in dem Text, der zumindest hier in Deutschland so kursiert, da schreibst du, dass der Unterschied zwischen der Macht der Juden und der Macht, die sozusagen anderen von Rassismus betroffenen Bevölkerungsgruppierungen zugeschrieben wird, systematisch eine andere ist, weil die Macht der Juden eben immer als die größere Überhöhende hinter den Kulissen sozusagen wirkende ist, währenddessen die Macht der beispielsweise von Rassismus der Schwarzen eben keine abstrakte ist, sondern eine konkrete. Doch. Und würdest du denn jetzt sozusagen an diese Frage anschließend auch sagen, dass es dann in der systematischen Erklärung aus einem fetischisierten gesellschaftlichen Verhältnis heraus einen Unterschied in der Erklärung von Rassismus und Antisemitismus geben muss? Oder findest du, dass der Rassismus sozusagen jenseits dieses Ansatzes erklärbar sein müsste? Oder nicht innerhalb dieses Ansatzes erklärt werden kann, sage ich mal. Nein, ich finde schon, dass der Rassismus ist wirklich, es ist sozusagen die 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 verkehrte Form des Antisemitismus, wo die die Weißen sich als abstrakt darstellen gegenüber die Schwarzen, die körperlich sind, die ihre eigenen Impulse nicht beherrschen, die und eine andere Form der Macht darstellen. nie ein Macht, das die Gesellschaft so kontrollieren, sondern ein Macht der Aufstand. Und ich meine, dass man konnte das auch. Aber wo kommt dann der Hass her? Weil ich meine, du hast ja sozusagen argumentiert, dass der Hass gegen das Abstrakte sich richtet, weil sozusagen die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Umweltsungsprozesse und so weiter eben sozusagen als unbegreifbar abstrakt erscheinen. Also dann müsste man ja für den Hass auf das Konkrete irgendeine andere Erklärung bringen. Ja doch, die Frankfurter wurden argumentieren, dass das Hass an das Konkrete ist teilweise ein Hass gegen einen notwendigen abgespalteten Teil von sich selbst, um Bürger zu sein. Zum Beispiel, das wäre ein Erklärungsversuch. Es gibt nicht nur eine Form des Hasses und ich habe versucht, mit Antisemitismus nicht das Hass zu erklären, sondern ich habe versucht zu präzisieren, das ist eine besondere Form des Hasses. Wie erklären Sie, dass im kapitalistisch hochentwickelten Großbritannien dieses Phänomen nicht aufgetreten ist, beziehungsweise sehen Sie ein anderes Objekt dieses eliminatorischen Hasses in Großbritannien? Nein und teilweise weil Kapital als abstrakt würde ich zunächst mindestens behaupten wird nicht als so bedrohlich betrachtet weder in England noch in Holland das heißt es gibt nicht diese Einstellung dass etwas ganz mysteriös und verschwörenhaft ist hinter historischer Entwicklung das heißt auf eine ganz andere Ebene Unterschied zwischen Newton und Descartes Action at a distance is thinkable in England whereas power is always thought of as concrete on the continent so that abstract power becomes much more mysterious and I think gerade das ist nicht in England oder Holland eine wichtige es ist nicht dass dieser Hass dann muss immer existieren es nur dass die Vorgänge scheinen nicht so mysteriös zu sein the British would never think that the Jews control the world Rassismus ich halte diese Gegenüberstellung von Antisemitismus und Rassismus schon für falsch eigentlich und denke dass der moderne Antisemitismus sich gerade dadurch vom traditionellen Unterschied hat dass er rassistisch war und ja das kommt mir bei Ihnen einfach auch in dieser Gegenüberstellung ich würde sagen es ist ein Bestandteil der Rassismus ist ein notwendiger Bestandteil des Antisemitismus der zum Holocaust geführt hat wahrscheinlich sind wir einverstanden ich habe versucht es gibt einen Unterschied beide sind biologistisch das ist klar aber eine ist nach oben gerichtet andere nach unten und ich habe versucht nur diese Unterscheidung zu machen man kann nicht der Holocaust verstehen wenn man Antisemitismus begreift als noch eine Form der Rassismus wo der Gegner wird als Untermenschen betrachtet sie sind viel mehr gefährlich als Untermenschen und das ist zum Beispiel Nazi Politik Polen und Russen gegenüber das heißt man tötet die Intelligenz und man benutzt die anderen als Sklaven gut es ist biologistisch aber ich habe versucht nur diesen anderen Teil zu betonen ich habe mich während dem Vortrag ein bisschen gewundert ob du vielleicht zwischen 1979 und heute nur ein Buch gelesen hat ich das noch gesprochen weil der Vortrag ziemlich viel besprochen das heißt nicht dass alles falsch ist seit Gold auch vor und danach unter bestimmten Leuten vor allem manche Deutschen Linken in BRD da wundert mich dass ich keine Ahnung über die französische Entwicklung und dass die Affair von Huys einfach sich ab den 96 1900 anders entwickelt hat es gab einen Sieg der Republik was ein Unterschied ist und da würde ich wissen was sich nicht grundsätzlich anderes in Frankreich oder in anderen kapitalistischen Zentren entwickelt und es ist ein Freispruch für all die Linken vor allem auch hier im Saal den marxistischen Linken die immer noch glücklich sind dass es ihm nicht gegen das deutsche Volk geht dass Leute glücklich waren dass Juden umgebracht wurden sondern du behauptest wiederum wie das seit Jahrzehnten der Fall ist es war eine Angst oder was auch immer da eine diffuse Angst vor dem Weltkapital vor dem zirkulierenden Kapital was auch immer und da behaupte ich es war eben nicht nur wenn überhaupt eine Angst es war nicht nur das abgespaltende Ich von Horkheim Adorno sondern es war ein bewusster Wille ein Glücklichsein darüber dass Juden umgebracht werden und das wird nicht ernst genommen es wird nicht diskutiert und bei den Arisierungen kann man nicht sagen die hatten Angst oder was hatten wie viel schon Angst die waren wirklich ein bisschen weg wir haben ein Hausschlappen oder ein kleines Stück das ist nicht so einfach und mit der Angst ist da mehr Angst hat auch keiner gesagt es gibt nichts zu erklären das heißt wenn man so denkt gibt es nichts zu erklären es ist alles klar die Deutschen schwein ich wollte fragen ob ich die wahrgenommene abstrakte Bedrohung im Kapital gelegt hat und diese abstrakte Bedrohung auch in den Juden personifiziert worden ist und dann praktisch die Widersprüche des Kapitalismus man meinte mit den Juden zu vernichten das heißt man hat es nicht bewusst gegen Kapitalismus gerichtet aber man meinte trotzdem die Widersprüche die de facto bestanden mit den Juden zu vernichten nicht nur die Widersprüche sondern die die Kräfte die hinter diese für die Antisemiten diese ungeheuerliche geschichtliche Prozess vielleicht wir sagen diese aber Sache ich weiß es nicht es wurde eben in der Diskussion gesagt dass sozusagen dieses eigene Abspalten des konkreten Kapitalismus sozusagen Funktion ist und es gibt ja Theorien die sagen dieses konkrete wird anhand dessen was der Kapitalismus als weit definiert abgespalten wenn man das annimmt glaubst du dass es übertragbar ist zu sagen es gibt dann noch Unterschiede in der Vernichtung oder in dem Wunsch nach der Vernichtung von Juden und Jüdinnen ich denke nicht sie waren nicht getötet als Juden das heißt als Juden nicht weil sie Frauen waren sie sollten alle getötet werden Männer Kinder Frauen alle wenn man sagt dass das als weiblich definierte abgespaltene dann wiederum auf Frauen projiziert wird dann müssen die Juden ja eigentlich auch als das Konkrete werden also was ja im Kapitalismus auch auf bestimmte Weise dann eben unter Brückler wieder rum wird also steht dieses Konkretsein der Jüder nicht irgendwie ihrer Identifikation mit dem Abstrakten entgegen oder es ist Paranoia von den Leuten die dazu erklären das gibt es nicht als solches oder sozusagen hat es in der Funktion einfach gar nichts miteinander zu tun also dieses einerseits von Kreat identifiziert sein andererseits mit diesem Abstrakten identifiziert sein offensichtlich diese Abspaltung nicht stark genug war in dieser Hinsicht dass Frauen wurden betrachtet aus einer ganz anderen Kategorie Kategorie und da habe ich mich auch mal gefragt ich beschreibe Frau Schütz eigentlich relativ zutreffend und da fiel mir irgendwas ein das erste Genozid das mir bekannt ist nicht deutsch ist sondern so ein ähnliches Fingren in der Türkei das heißt der Genozid von jüdischer Bevölkerung in dem Modernisierungsprozess Jahr startfangen das war zeitlich davor das erste Mal dass die gesamte Bevölkerung beseitigt worden ist und da habe ich mich auch gefragt wie weit greift dein Erklärungsansatz auf solche Dinge wie weit ist das die soziale geerbt das ist ja nachlässig etwas von littler und diskret übernommen ist da hat sich nochmal drauf gezogen und kann man das in dein Ansatz mit einbilden geht das erklärt das mit was nach abgelaufen ist das heißt ganze Bevölkerungsgruppen nach ergebnischer Zugehörigkeit abtransportiert worden sind in Wüste geschickt worden sind es ist ein Phänomen was dort passiert und zwar von Leuten die modernisieren wollten ehrlich gesagt um das wirklich beantworten zu können musste ich vielmehr genau genau wissen über die Massenmorde an Armenien zum Beispiel es gibt Historiker die behaupten und ich weiß nicht ob das stimmt oder nicht die behaupten dass Armenier in Istanbul zum Beispiel waren nicht getötet nur im Grenzgebiet mit Russland das würde schon was ausmachen ich weiß nicht ob das stimmt ich muss vielmehr wissen genau über wie es gelaufen ist um zu sehen ob dieser Ansatz überhaupt das begreifen kann oder nicht ich habe noch mal eine Frage zu denen auch schon angesprochen worden ist nämlich dass sie unterscheiden zwischen Entwicklung in Deutschland und Frankreich einerseits oder den Beruf begangen auf der anderen Seite und vielleicht haben Sie das schon gesagt und ich habe es einfach nicht richtig verstanden wenn Sie einerseits sagen zur Erklärung des modernen Antisemitismus bedarf es vor allem einer materialistischen Erkenntnis Theorie also diesen Ansatz oder diesen Ansatz zu unterlegen würde ich nochmal gerne genauer wissen was sind die Unterschiede in England und Holland gewesen sind also warum ist dann das Kapital nicht in gleicher Art und Weise als Bedrohung wahrgenommen und könnte man vielleicht als Erklärung dafür doch wieder auf Erklärungen zurückgreifen die nicht nur innerhalb dieser materialistischen Analyse zu sehen sind also zum Beispiel jetzt bezüglich für Deutschland die romantische Tradition die wahrscheinlich auch sehr wichtig ist wenn man versuchen will zu verstehen die Städte und dann also das ist jetzt so ein Fakt da geworden was ich meine vielleicht Ja die romantische Tradition erklärt Russland und Frankreich nicht es gibt eine man kann es nicht nur auf Deutschland beziehen aber der Unterschied zwischen England und Holland ist sehr klar und ein Unterschied ist das sind Länder die kapitalistisch waren seit die 17. Jahrhundert und die das heißt Industrialisierung passierte innerhalb schon ein total durchkapitalisiertes Land das heißt das Umgang mit Kapital ist eine andere gewesen historisch ich kann mir nicht vorstellen dass dieser historische Unterschied zwischen England Holland auf der einen Seite Frankreich Deutschland und so weiter auf der anderen Seite belanglos sei ja weil es auch es ist gerade diese Länder die sehr früh kapitalistisch waren wo Antisemitismus das heißt in diesem Form keine große Rolle gespielt hat ich möchte muss man zugreifen auf konkrete Interessen das heißt man muss die Frage klären Welche Interessen hatte das deutsche Monopol Kapital genau in dieser Situation dass es genau auf diese Ideologie rekorrieren muss Entsteht das im Widerspruch zu was ich gesagt habe aber ich meine es ist nicht nur eine Frage obwohl ich stimme dir überein es ist auch eine Frage von Interessen aber das konkrete Ebene kann nicht nur auf der Ebene die Interesse erklärt werden zum Beispiel Ideologie spielt weiterhin eine Rolle der wichtigste Geldgeber für die Nazis in den 20er Jahren ist Henry Ford ist keine deutsche Großkapital ist Henry Ford Henry Ford der hat seine eigenen antisemitischen Bücher geschrieben ich glaube nicht dass Ford besondere wirtschaftliche Interesse hatte die Nazis zu fördern aber er hat sie gefördert und zwar auch aus ideologischen Gründen der andere große Geldgeber ist der Dedering gewesen er hat andere Interessen er ist der Shell Oil Mann gewesen und die Bolschewisten haben natürlich alle seine Ölquellen in Baku beschlagnahmt und er hat ein großes Interesse eine antibolschewistische Bewegung hochzubringen in Deutschland natürlich gibt es Interessen aber die Interessen sind auch verschieden und in Ford's Fall sie waren auch ideologisch getrieben aber auch es gibt die andere Frage jetzt unabhängig von den Interessen obwohl ich bin mit der einverstanden diese Regierung wurde nie statt diese sogenannte Machtergreifung wurde nie stattfinden ohne diese Interessen aber auf der anderen Seite Nationalsozialismus ist doch eine Massenbewegung gewesen und man muss das auch erkennen das ist eine Massenbewegung der dem Referat von Postone zugrunde liegende Aufsatz wurde ursprünglich für eine amerikanische Publikation geschrieben auf Deutsch ist er in leicht abgeänderten und gekürzten Versionen erschienen er findet sich unter anderem in dem Buch küsst dem Boden der Freiheit Texte der Neuen Linken das von der Redaktion Diskurs in der Edition Ideearchiv herausgegeben wurde er findet sich beispielsweise auch in dem von Michael Werz herausgegebenen Band Antisemitismus und Gesellschaft oder in der Nummer 4 5 der Zeitschrift Kritik und Krise Texte zu diesem Aufsatz finden sich unter anderem in der Zeitschrift Bahamas Nummer 25 in der Zeitschrift Weg und Ziel Nummer 1 97 und Nummer 3 99 und in der Zeitschrift Kritik und Krise Nummer 6 Gestaltung der Sendung Stefan Grigert und Robert Zöchling Ein Probeabo der Zeitschrift Kontext 21 Die nächsten drei Ausgaben kostenlos unverbindlich und ohne automatische Verlängerung kann an folgender Adresse bestellt werden Kontext 21 Schottengasse 3A Strich 1 Strich 4 Strich 59 A 1010 Wien Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http Doppelpunkt Doppel Slash Kontext 21 Punkt MediaWeb Punkt A T Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten also Kontext mit C und 21 als XXI Musik Musik